Seid gegrüßt ihr Schlawiner der gehobenen Haltungskunst. Ich bin's wieder und jetzt gibt's für euch ein Ründchen Skyrim. Neue Aufnahme, neues Glück und hoffentlich hoffen wir es heute auch mal zum Usten Graf zu kommen, ohne dass uns wieder alles mögliche an geht hier von A bis Z über den Weg läuft. Du schaust mich sehr schön an. Jetzt nicht mehr. Oh Mann, das ist kein Headshot. Das war so knapp. Oh, hey, okay, du bist... Fuchs, du bist... Warum hat ein Skier ein Granat? Was war's jetzt nochmal? Das hab ich wieder vergessen. Ein Granatstein dabei. Ja, ein Pfeil. Ja, das nehmen wir auch mal mit. So, was ist denn das da? Mal gucken. G, U, G, N, gucken. Ich laufe natürlich auch nicht einfach hier unten so ganz normal und lang. Ich muss einfach auch natürlich meinen Umweg über die Berge. Oh. Das sieht groß aus. Das sieht gefährlich aus. Hi, alles toll? Das ist sehr schön für mich. Hallo. Sei doch nicht weg, du. Hoppala. Kaum bin ich unten, kommt er. Der ist so ein... ...er Arschgestalt. Gut, ja. Stuttgart haben wir geilen Fight hier. Helfe ich mal aus dem Hintergrund mit. Warte, er schuckt aber. Naja. Schon mal die blöden ganzen Eisenpfeile los. Wen hab ich jetzt grad getroffen? Ich glaub nicht den, den ich treff. Nein. 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 Warum lässt sich Lüdi mit einem... ...Schuss töten? Hat sich so angehittet. Och, komm. Labyrinthion. Ja, komm, schieb's dir in den Arsch. Lüdi, ja. Ne. Das... Das lass ich nicht auf mir sitzen. So geht's ja schon mal gar nicht. Den einen Eistroll, den töten wir jetzt. Erkunde... ...ähm... ...zumindest markiere Labyrinthion. Hier ist es, glaub ich, auf meiner Karte. Oh, hast mich aber schön entdeckt, Skipper. Das hört mich nicht. Ich will dir keinen Headshot. Komm, gib mir deinen Granatstein. Jetzt hat er keinen mehr, sicher. Ich rieche nicht mal mehr mit dem Pfeil zurück. Lüdi. War dabei. Cool. Alles klar. Also, wir werden nur mit so einem blöden Eistroll zurechtkommen. Boah, hier schneid's aber auch. Ich stelle mich mal lieber wieder auf den Berg hier hoch, weil dann... ...kommt der Eistroll uns nicht zu nah. Hä? Machen wir den schon mal ein bisschen schön anhitten. Das war ein bisschen übers Ziel hinaus. Der hier ebenfalls. Was, der hat getroffen? Der saß. Komm. Ja, pack schön an deiner Treppe fest. Komm. Zwei laufen mit dem Bogen auf ihn. Und Dova Beat gibt uns mentale Unterstützung. Kann's ja nur klappen. Du wirst jetzt nicht weg. Komm, wieder du feige Sau. So, schnell sprechen, dass ich nicht wieder Lüdi hat drin. Lass mal schon mal hier sind. Mein. Was? Okay. So. Jetzt haben wir Labyrinth hier nur entdeckt. Alles gecleart. Meins. Okay, hier geh ich mal lieber nicht ein. Warte mal. Wir müssen jetzt nicht voll durch Labyrinth hier und durch. Heilige Scheiße ist das groß. Schnell speichern lieber mal. Wo sie zwei mal weiß ja nie, was hier alles kommt. Das ist ja geil hier. Ach so, ist ja nichts. Das ist ja total cool. Oh, das ist ja so schön. Oh, das ist ja so schön. Weil, äh, das kann man nicht einfach nur hier her gebaut haben. Dass man einfach mal hier vielleicht mal reingeht, wenn man gerade Lust hat, weil... Ne. Das wird dann nicht so klein sein. So, was ist das hier? Vergessenes Wall-Kück. Entdeckt. So viel weiß ich, dass in Skyrim es noch Wall-Kücke oder sowas gibt. Das ist dann so ein Dungeon. So, dann versucht sich zu verstecken. Ohne Erfolg. Schnell speichern. Zwei! Willst du mich verarschen? Habe ich gerade ein Pferd gehört? Öh, Neustufe. Speichern. Ach, da oben. Du hast dich eigentlich ein Pferd, hast du das schon mal gesagt? Das ist genau so. Okay, nee. Ich möchte jetzt keine Pferde beleidigen. Hast du vielleicht noch vor, dich heute irgendwann mal zu bewegen? Boah, einen Meter weiter, das bringt ja so viel. Das ist schon mal ein bisschen buggy, der junge Herr. Naja. Habe ich nichts dagegen. Jetzt muss ich die blöde Nordpfeile benutzen. Egal. Boah. Cool. Und nochmal zwei ist sicher. Man möchte ja nicht übertreiben, ne? Genau. Damit wir machen die Amt jetzt Beefdown. Da ist... Ach, die steht da. Gut. Ah. Was ist denn das für eine KI? Das war doch schon praktisch getroffen. Lydia geht oder nicht runter. Mit bisschen Boken-Skills trifft man sie doch. Die ich jetzt gerade nicht habe. Doch. Lydia ist es sehr unklug, sich mit zwei Eis drüben anzulegen. Oh scheiße, da geht ja eine Treppe hoch. Ich dachte, hier geht keine Treppe hoch. Boah, biet, hilf mir. Das ist ganz schlecht. Das ist ganz schlecht, das ist ganz schlecht. Jetzt stehe ich ein bisschen nicht so gut da. Ähm, muss man auf die linke Heilung. Da passt überhaupt nichts. Mal kurz her angemerkt. So wird ein wenig, so geht denn der nicht zu denen dazu. Interessert mich gar nicht. Ich weiß nur, dass ich praktisch am Arsch bin. Ich keine Ausdauer habe. Wo habe ich hier tausend verschiedene Tränke? Oh, Lydia ist schon wieder da, gut. Okay. Komm. Tanz für mich, komm. Baby. Mach's doch so gern. Kann es sein, dass ich hier gerade in der Bug-Pose bin? Dass ich hier nicht hinkomme? Göttlich. Meine Bogen-Skills heute. Also, dass ich Lydia mal abgeschossen habe. Oh. Guck mal, ich sehe den Arsch. Komm. Okay, Lydia, komm, du dich um den? Ich mich um dies... Während ich mich um diesen jungen Herren hier kann. Und die regenerieren sich aber so stammt schnell. So. Okay. Gibt nur noch der junge Herr hier. Sag mal, jetzt kommt der nicht mehr, oder was? Das kommt doch. Ihr werdet nicht die Oberhand gewinnen. Nein. Boah, Lydia, du hältst schon mal so viel aus. Du bist die beste... Hilfe, die muss ich nur vorstellen. Kommst du hier nicht hoch, wa? Scheiße, gell? Ja, ich weiß. Ich leide mit dir. Das ist total beschissen, gell. Ja, komm, leg mich am Arsch. Genau. Bam! Mein Gott, das war jetzt aber mal Zeit. Zwölf Pfeile hat der Sack geschluckt. Wahrscheinlich nur mehr, weil da immer ein paar verschwinden. Boah, ist das asozial echt. Lydia, das haben wir sehr gut gemacht. So. Boah, ist das... Ist das schwul echt? So, da oben war, glaube ich, noch ein Troll. Ja, den... den wir da... somit als Ersten umgelegt haben. Den haben wir uns auch noch geschwind. Sofern ich ihn noch finden sollte. Ich weiß nur, dass er irgendwo hier noch war. Ja. Komm, gut, 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 gut. Danke. So, was macht denn unsere Pfeile? Ja, ja, reicht noch. Reicht doch ein bisschen, gell, Lydia? Oh. Nein! Ich bin ein Drachenblut. Holt mich hier raus. bills, ich bin ein Drachenblut. Ja, ich bin ein Drachenblut. Vielen Dank.